Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder in Minecraft, mit mir dabei ist wieder der Kobold und wir sind hier immer schon noch auf unserem schönen Server. Und wie man sieht, haben wir ein bisschen Offscreen weitergebaut. Mein Häuschen wäre soweit fertig, Kobold ist glaube ich auch, oder? Ja. Ja. Auch. Und ich benutze jetzt ein anderes Texturenpack, was bei mir zwar ein bisschen rumspinnt, beim Regen, der Regen wird zu Lava-Partikeln. Das ist sehr realistisch. Bin ich auch. Mein Turm ist fertig, ich hab doch noch Glas bekommen. Endlich mal. Nach zehn Jahren. Mein erstes Glas. Ja. Hier haben wir alles klar. Ich hab noch einen Kürbis gerade bekommen. Ja, schön. Peter kommt jetzt Feinzis, was? Essen? Ja, steht bei mir auch. Verwendet verwundert mich sehr, aber. Und unser Mob-Spawner geht jetzt auch. Wir mussten statt Steinboden, Grasboden rein. Gras, ja, die rauchen das. Da fangen die Schweine voll drauf ab. Ja, es ist vielleicht nicht wichtig. Hallo. Eben. Ziehen wir mal ein bisschen mit. Ich suche irgendwo Akazienholz beim Shop, aber ich find's nicht. Beim Shop. Ich könnte ja Breeding, also Braustand machen. Braustand, ja. Tränke. Golden Carrot. Ich geh mal so in dein Haus rein. Nein, ich zeig das mal. So, trug dir zu. Wir haben einen kleinen Geburtstagskuchen für wen auch immer. Für dich. Ohne Sinn. Achso, ja, danke. Irgendwann können wir's bestimmt mal gebrauchen. Jo. In zehn Jahren. Ja, in zehn Jahren. So, wir wollten einen Nässer-Portei bauen, das aber nicht funktioniert irgendwie, komischerweise. Vielleicht ist es ja in der 1,8 anders geworden. Äh, wo sind die Bücherregale? Hey, wir könnten uns doch nem Schneemann machen. Wo sind die Bücherregale? Die hab ich abgebaut. Ich muss anders bauen, weil es gehen nur, wenn es die vom Entschämen-Table einen Block entfernt sind, anscheinend. Achso, ja, 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 okay. Ich könnte nehmen. Ich hab Kürbiskuchen, willst du? Wir könnten auch Eisen-Golems bauen. Nimm mal. Kürbiskuchen. Danke sehr. Oh, ich muss ein paar kurz niesen. Patschi! Patschi! Da bin ich auch schon wieder. Patschi! 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 Ich hab auch den Kuchen und Kekse. Kekse? Jemi, 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 Jemi. Ja, Jemi. Hä? Datsch! Ja. Gönche. mit die 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 Kakaobohnen ich hab so viel Zeug und unnötig aber egal dass bin ich Hausse ab hier ein bisschen heißen eine Wettbewerbs ist noch da und wo man muss kommen mit in der Lande und im Hintergrund immer noch die Musik aus der letzten Folge das ist die meisten aufzustocken irgendwann mal damit das immerhin nicht nur so paar Lieder dadurch bimmeln da kann ich mal das reintun berottete Fleisch ich sollte mal alles hier rübertragen eigentlich so Eisengolem erscheine hast du jetzt einen Eisengolem gemacht bin grad dabei könnte ich auch machen war das nicht so so eine Teeform eigentlich äh ah ein Kürbis drauf ich hab den Kürbis zu Hause gelassen ohm so den Kürbis der muss dann wieder mit wir könnten uns Schneemänner bauen ja aber Eisengolem ist ja viel besser äh ich weiß auch nicht was Schneemänner bringen sollen Schneehafen die werfen einen mit Schnee ab genau da ist es sich selber so die Eingeweide aus und wir werfen dich damit mhm das ist der Sinn von so einem Schneemann oh ich hab hier ein Eisengolem aus dem roten Sand ich hab noch 10 Stacks und ich schmück mein Haus damit guck mal guck mal auf meinem Haus ich hab einen Freund oh cool du warst nicht mal hier hast du nicht mal gesehen ich weiß schon aber ist das mal oh cool ach ja ja schön war ich auch das ist eben die Kunst wo also brauchst du keinen roten Sand nein wieso sollte ich roten Sand gebrauchen keine Ahnung was denn da drauf wer braucht schon roten Sand ich achso ja ich nicht wer neue Behinderten sagt braucht doch jeder ich baue hier meine Treppe so ganz elegant hier das auch weg so und so dann baue ich mir jetzt noch einen Keller im Keller kann man immer gebrauchen auch hier ist schon Stein da 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 wenn du Stein brauchst dann sag ich hab genügend ja ja ups da da wollte ich grad gar keine bauen ich wollte diese Partikel die Nerven aber auch gerade oh vom Regen da das sieht doch so ganz gut aus schon mal machen wir hier mal so die Wand raus nehmen wir Bruststein für ja Bruststein ach das ist billig dann kommen wir da mal rein so nein nicht über die Treppe nochmal nein 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 ich hab mal eher so eine Scheiße schlechte Villa gebaut und du die etwas anderes eine Burg ja ist okay oder ja oder hast du was da ging brauchst du Ziegelsteine also diese richtigen Ziegelsteine nö er braucht so Ziegelsteine also diese richtigen Ziegelsteine nötet hat erstmal nicht so richtig hübsch ja klar wie viele Eisenblecke braucht man für den Kolom ähm halt das sind Themen machen kannst äh warte mal ich zeh mal oh ähm den brauchst du anscheinend nicht mehr da stand er nur drauf du brauchst 1 2 3 4 und ein Kürbis halt oben drauf als auch so ein kleines Tee ja genau ein ganz kleines Tee ja genau ein ganz kleines Tee ja und drauf ein Kürbis ja genau heute geht nicht was du denn bei mir läuft der hier schon rum äh wie geht denn der ich komm auch vorbei bist du denn alter du musst denn in die Landschaft bauen nicht mit dem Crafting Table oh das ist ich bin nicht so sch... ja auch egal ich bin ich kann es heute ne guck mal diesen Sand brauchst du dir nicht ähm du kannst mal noch hier überall so Stützen hin und ja normal nicht nein aber wenn du hier in den Vorgang gehst wie findest du den mit dem kleinen Krüppel Pool wunderschön das wollte ich nicht hören ja du wolltest ne ehrliche Antwort hören wollen so ja hinten können wir ach Gott sieht der Eisengolle mit dem Textur-Pack witzig aus ja ne ja voll putzig witzig 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 z S witzig witzig er lager und muss doch zusammen große Schlager aus und die heimversteckt mit den ganzen Scheiß ob wo ich eh keiner glauben kann aber egal wieder darum tanzt alter voll witzig so der thema fucking anbringen so ganz nebenbei ich habe auch die freundin auch jetzt habe ich zwei eisengolams geht doch einmal kurz gezeigt ich müsste ich immer echt sortieren das ist schrecklich ja ich auch ich habe ja die ganzen tun noch zu hause und alles sortiert gewesen er der eisen jetzt so viel scheiße das wäre jetzt so drei hoch wollen ja reicht das wenn ich da nicht dann kann ich ja die obere tun nicht aufmachen ich muss dann noch ins tiefer muss noch eins tiefer und ich habe keine treppen mehr so die mache ich mir welche noch eine wenigstens ach so da kommen ja sofort vier raus schizofrena alles klar toller name aus im hintergrund spielt das schöne monty hier noch raus das noch raus da noch dann jetzt die erde oh nein meine schüppel ist kaputt so das wäre dann ebenerdig hier so dann müsste ich noch quasi noch eins tiefer für meinen boden so da haben wir hier wieder rufstein in die wand zu ziehen die werden wir hier vollständigen so da haben wir hier noch hin da 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 da dann haben wir doch hin dann schicken killer ich freue mich immer ein bisschen auf meine nicht auf sondern aus das brauche ich jetzt nicht brauche ich auch nicht auch nicht auch nicht auch nicht auch nicht auch nicht da noch hin es war und gespielt bg auch hier und gepflegt neuer kanal umgepflegt neuer kanal umgepflegt kostet keine ahnung also er ist es ist ein toller Grund warum ich auch so ein komischen Name kommen da klatschen wir hiermals ganz schädig den Boden raus und Kohle vielleicht ist das auch nicht automatisch natürlich so Kohle kann man nie genug haben eigentlich gefackeln ist das super praktisch und das ganze kochen also Kohle sollte man auf jeden Fall immer mitnehmen so wie ich hier gerade dann bauen wir das hier wieder schön zu damit auch ja keine Monsters sind spawnen äh ne das war nicht so ja hier haben wir die Schuppe oder wir sind jetzt ah ne ne ist schon was ist das denn da das Eisen da ist das Eisen geil eigentlich brauchen wir das überhaupt nicht aber für XP Punkte kann das immer mal gebrauchen ich baue da erstmal noch hier keine Wand rein so dann bauen wir hier mal so ein Schillig lang da Lalalalalalala Lalalalala Lalalalala Lala Alter halt die Partikel ist hier gar nichts ja wieso ich hab wieso ich die hab ich weiß es nicht es regnet auch schon gar nicht mehr glühe einfach rot und wie findest du das 6-Tour-Pack? keine Ahnung ich find's ein bisschen merkwürdig weil ich glühe die ganze Zeit dann hast du in den Back normal normal ist es normalerweise nicht normal ist es normalerweise nicht ja ja wenn wir uns ja quasi hier sofort wieder wegnehmen aus der Wand Monkey Island Lalalalala wieso es sein Erdestreifen gibt da soll kein Erdestreifen sein das Deckel so dann haben wir hier noch ordentlich viel Bruchstein Erde können wir mal rausnehmen wir könnten uns aber mal bauen lalalalala wo hab ich meine da ein paar Stücken so da die hätte ich auch aus Eisenbeinen können ich weiß jetzt nicht warum ich es hier aus Stein gemacht hab egal machen wir uns gleich noch welche ist ja kein Problem das sollte einfach schon erstmal reichen hier so mh ne und die waren genau mh 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 so so breit wird das erstmal sein oh da ist schon wieder Kohle da freu ich mich aber da und am anderen Ende der Amel sich gar nicht mehr davor hat das ist schlimm geworden doch ich bin doch noch da was hast du denn ja was machst du denn gerade ich beschmücke meine Wähler holen da freu ich mich doch wieder und tschüss fackel up meine Spitzhack ist auch weg mh dann machen wir uns mal eine schnelle Neue Wenn zwei mehr oder weniger kann ich auch nicht scharfen So, so Machen wir uns gleich drei Hacke, geh mal weg Klopp Können wir hier schon wieder weiterhaken Rufstein, da hin Da einen Stein raus, da auch Da auf jeden Fall die Erde Da Sieht das doch ganz schick aus Ja, können wir so machen Okay Kann man dir helfen? Hallo Hallo Jetzt hat er mich wirklich verlassen Er hat nichts sagen sollen Kohle und nochmal Kohle und da bist du ja wieder Oh, hä? Ja, du warst gerade nicht da, wo warst du schon wieder hin? Keine Ahnung Ähm Ich habe dich gefragt, ob ich dir helfen kann Nope Ja, danke Was machst du denn gerade so schönes? Kümmerst du dich um den Enchantment Table? Ah, ja Keine Antwort ist auch eine Antwort So, 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 so Machen wir da wieder ein paar bisschen Bruchstein rein Ich hab schon mal hier noch den Boden raus Oh, ein scheiß Boden, ja Da kann man weg, ja Aus den Räumen brauchen wir nicht Äh Oh, la, 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 la Aus hier, la, la, la Da, 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 da Da können wir uns hier gleich Ruhen hinstellen Die ich nach draußen rumstehen hab Das ist ganz praktisch Wenn man Ganz normalen Stein rausbaut Kann man ja Bruchstein sofort wieder einbauen Und Bruchstein sieht halt einfach für schön und schicker aus Also verliert man quasi nichts Was man rausbaut, bekommt man auch sofort wieder rein Hm Noch eins rein Juri 2004 Hä? Juri? Juri ist auch hier? Hm Was, hm Ja, Juri Wieso bist du so oft weg Und dann kommst du auf einmal wieder plötzlich wieder? Ich war nicht weg Ich hab mich stumm geschaltet Keine Ahnung Weil ich am überlegen war vielleicht Alter, ich sag dir Du sollst, äh, Schandmentable fertig bauen Ja, okay, dann mach ich das Dann kann keine Antwort mehr Bist du das da hinten? Oder ist es Nein, du bist in deinem Haus Oder machst du den Keller oder so? Ja Ah Wie kommst du da drauf? Siehst du mich etwa? Ja, ey, wird Optifine Seh ich dich Achso, den Namen Ja Ah ja Siehst du aber normal auch Also man braucht ja nicht extra Optifine für So So Lalalala Diese Okay Achso Stimmt Diese Festung Sag doch mal auch nix, dass er hier auf einmal mit drauf spielt In der alte Hier können wir noch Oh Was war das denn gerade? Ich glaube ich weiß warum es mit dem Neto Portal nicht geht Normal würde es mit dem Feuerzeug schon gehen Aber ich glaube es darf man nicht ein eigenes haben Weil am Spawn kann man ja auch in die Neto Oder? Das kann natürlich auch sein Also Dann müssen wir wohl da ins Nerva ist Das war blöd Das wir kein eigenes Portal haben Ja, aber Glowstone Kriegt man auch Egal Ja, aber trotzdem Wenn du einen eigenen Portal hättest Dann spawnst du ja wohl anders Und dann Ist da halt noch alles frisch und neu Finde ich besser So Der Keller ist soweit fertig Wenn du willst kannst du hier deine Trune auch mit reinstellen Wenn du mal Nee, ich mach grad meinen eigenen Köller also Achso Jo So, dann können wir hier noch ein paar Bruststeinchen bauen Oh, ich wollte äh Alter, die Folge geht schon wieder zu lang Ich mach mal einen kleinen Cut, damit sie nicht zu lang wird Wir sehen uns an in der nächsten Aufnahme wieder Wenn es wieder heißt Mycroft Time Lasst ein Kommentar bei Ob euch die Runde gefallen hat Ob ich das Spiel überhaupt gefällt Und dann Sehen wir uns in der nächsten Folge Bis dahin Ciao, ciao Ciao Vielen Dank.